Hey, was geht? Herzlich willkommen hier bei einem kleinen Info-Video. Es kommt ein bisschen spät, es sollte eigentlich ein bisschen früher kommen, denn wir müssen über was reden. Du und ich, wir. Denn wir sind jetzt über fünf Jahre auf diesem Planeten, hätte ich beinahe gesagt, auf diesen YouTube-Planeten, sagen wir es so. Und mit wir meine ich dich, mich und noch die ganzen anderen, die zu unserer kleinen, verkappten, dreckigen Community gehören. Denn dieses Projekt, Semi oder Semi-Spielt oder wie auch immer, das war nie so gedacht, dass ich mich jetzt profilieren will, dass ich eine Fanbase brauche oder sonst was. Denn ich bin ein normaler Dude, so wie auch du. Ich bin bloß der Vollidiot, der die Videos aufnimmt. Und deswegen sage ich auch in den Spielen immer, wir müssen da hingehen, müssen wir mal gucken, was wir machen. Der ein oder andere findet das komisch, ich habe oft Nachrichten bekommen, so warum sagst du immer wir. Für mich ist das aber wichtig, denn ich finde, wir gehören als Community zusammen und ich finde, wir erleben zusammen die Games. Deswegen mag ich auch Livestreams mit euch extrem gerne. Warum also dieses Infovideo? Denn wir wissen ja alle, wo wir hier sind. Ich habe damals diesen Kanal erstellt und wollte ihn Semi nennen. Wegen einem Spitznamen, der mich schon ewig verfolgt, wie so ein Albtraum. Das Problem damals war, Semi gab es schon auf YouTube. Das ist kein krasser YouTube-Kanal gewesen, sondern irgend so ein Inder, der vor zwölf Jahren mal ein Video hochgeladen hat. Das Problem, das besteht und das kannst du nicht löschen. Ich hätte zwar meinen Kanal jederzeit umbenennen können, aber es geht ja auch um die URL. Das ist ja youtube.com slash semispielt. Das kennen wir ja alle. Außerdem war es mir auch wichtig, dass ich natürlich auf allen anderen Kanälen auch als Semi spielt oder als Semi zu finden war. Und das ging damals einfach nicht. Das ging nicht. Also haben wir uns dazu entschieden und mit wir meine ich in dem Fall Paddy und ich. Wir haben so ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, ja scheiß drauf mach ich, Semi spielt. Und dann habe ich den Kanal so genannt und habe mich auch auf Twitter so genannt und auch auf Twitch. Pipapo, Ent im Klo. Das hat mir aber nie gefallen. Und das wissen auch diejenigen, die auch in den Livestreams aktiv sind und auch mal auf dem Discord vorbeischauen. Übrigens Links alle in der Beschreibung. Schaut gern vorbei, freu ich mich. Dass mir das ja nie zugesagt hat. Dieses Spiel, das klang halt so kindig. Und das ist immer auch komisch gewesen. Das hat einen in so eine Situation immer gebracht, wenn man sich mit Leuten unterhält und sagt, jo ich mach auch auf YouTube was. Und die dann, ja wie heißt denn dein Kanal? Semi spielt. Ja, das war, das war halt, das was übrig blieb. Ja, also damals, wie gesagt, Semi stand auf jeden Fall fest. Ich habe ultra viele Sachen ausprobiert. Semination und alles, alles so mit Semi. Und es hat einfach nichts funktioniert. Ja, damals habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, irgendwann eine Lösung zu finden dafür. Ja, und habe dann mit dem YouTube Creator Support geschrieben, damals noch der Partner Support. Und habe dann auch auf Twitter geguckt, den Twitter Support angeschrieben und geguckt, was kann man denn machen. Und jetzt, fünf Jahre später, ist es tatsächlich so, dass ich schon seit zwei Jahren einen Namen hatte, aber ich auf anderen Plattformen halt das noch irgendwie ändern musste und warten musste, bis das da freigeschaltet wird und sonst was. Es hat tatsächlich deutlich länger gedauert, als ich dachte. Aber so kam es dann jetzt dazu, wie es dann jetzt letztlich gekommen ist. Und ihr habt es ja schon alle mitbekommen, aus Semi spielt, wurde dieser Semi. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, denn ich bin nun mal nur dieser Semi. Wird sich irgendwas dadurch ändern? Nein. Werde ich dadurch jetzt professionellere Let's Plays machen? Nein. Werde ich dadurch jetzt politisch korrekt? Nein. Wie machen wir was vor? Es wird sich absolut gar nichts ändern, ja? Das Einzige, was sich tatsächlich geändert hat, ist der Name. Dieser Semi. Es ist auf YouTube, äh, www.youtube.com slash dieser Semi. Es ist auf Twitter, dieser Semi. Und es ist auch auf Twitch, dieser Semi. Das ist quasi der ganze Inhalt dieses Videos. Ähm, ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Weg bis hierher mit mir gegangen sind. Und auch allen, ja, die neu auf dem Kanal sind, nochmal ein herzliches Willkommen. Ähm, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ist ein bisschen bekloppt bei uns, aber ich finde, auch wenn es dreckig ist, ja, mit ein bisschen Spucke und so, kann man sich hier schon irgendwo in der Ecke zwischen so ein paar Bekloppten das gemütlich machen. In diesem Sinne, ja, herzlich willkommen bei dieser Semi. Auf die nächsten fünf Jahre. Haut rein. Ich hab Bock.